Differenz, einer Co-Produktion mit den Landesbühnen Sachsen und Hellerau, europäisches Zentrum der Künste. Entspanntes und barrierefreies Tanztheater für alle. Eine relaxed Performance der Landesbühnen Sachsen von Wagner Morera. Wie friedlich wäre es, wenn man einfach sein kann, wie man ist. Doch wenn wir Menschen begegnen, vergleichen wir uns auch sofort. Wir fragen uns schnell, was wir können und die anderen nicht. Manchmal fragen wir uns, warum andere anders aussehen oder nicht sprechen wie wir. Unterschiede, Englisch Differenz, fallen schneller auf als Gemeinsamkeiten. An Unterschieden machen wir auch fest, ob wir eine Person als fremd empfinden oder nicht. Wagner Morera zeigt mit der Tanzkompanie der Landesbühnen Sachsen und GästInnen einen Tanzabend. Sie zeigen, wann und wie Unterschiede zwischen Menschen wahrgenommen werden. Mit verschiedenen Sinnen spielt die Inszenierung. Die Vorstellung findet in verschiedenen Räumen im Festspielhaus Hellerau statt, die frei gewählt werden können. Sie ist besonders geeignet für Menschen mit Einschränkungen oder besonderen Bedürfnissen. Differenz, eine Koproduktion mit den Landesbühnen Sachsen und Hellerau, europäisches Zentrum der Künste. Weitere Informationen finden Sie unter www.hellerau.org Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020